Paschima Namaskar Yoga Mudrasana ist die Mudrasana-Stellung mit den Handflächen zusammen in Ehrerbietung hinter dem Rücken. Paschima heißt Rücken und du gibst die Handflächen zusammen hinter dem Rücken in Gebetshaltung, also Namaskar. Und von hier verneigst du dich nach vorne. Du verneigst dich nach vorne in Ehrerbietung zur Mutter Erde, zu deiner wahren Natur, deinem wahren Wesen und du verneigst dich auch vor der gesamten Schöpfung, dem Himmlischen, der Weltenseele, allem was großartig ist und letztlich eine Manifestation des Höchsten Selbst.